Musik Ok, ja, hallo und ein familiäres Willkommen zu einer kleinen Runde Scribblio. Ja, das ist ein wunderschönes Mal-und-Zeichenspiel, bei dem man einer malt, die anderen müssen erraten, was gemalt wird. Wer schnell ist oder gut malt oder wie auch immer kriegt Punkte und am Ende gewinnt logischerweise einer. Ja, es ist wieder eine kleine Runde Pasoto, heute wieder mit Ma, also eine Runde Pasoto Ma. Ich bin Nym und das Paar, hi, wie geht's euch? Und der Rest ist auch da. Hi! Hallo! Hi! Nur halt etwas schüchtern. Genau, die haben wir auch mit dabei. Und von mir aus können wir loslegen. Und Feuer! Round One. Danke. Danke. Mayukito ist choosing a word. Ich bin ja mal gespannt. Also, ich mach hier jetzt mal so, ähm, hier so eine und dann... Planken-Schrubber-Seiten-Reiniger. Das ist ein Etiketten-Kleber-Entferner. Ähm, Mayuki solltest du nicht sagen, was du sagst. Daumen hoch. Komischer Typ. Das ist doch kein Typ. Ein Typ. Komischer Typ hin. Planken-Schrubber-Seiten-Reiniger. Gigi, das war's. Weiß, ja. Weinen. Reulen. Traurig. Traurig. Wasser im Kopf. Das sind blaue Haare. Ach so. Naja, auf jeden Fall seht ihr hier oben diese fünf Buchstaben. Das hat damit dann im Endeffekt zu tun. Grün. Grün. Ja. Oder vielleicht Glau statt Blau? Ich weiß es. Gnun. Gnun. G. Und warum hat die blaue Haare? Ich. Ja, gut, okay. Planken-Schrubber-Seiten-Reiniger. Plünke. Schade. Danke. Gigi, ich weiß noch nicht warum, aber wird schon passen. Nein, so nicht. Brett. Ja, das sieht schon mal nicht so aus. Rote Erbse. Glas. Nach unten gucken der Vogel. Bommes. Bommes. Bäh. Mutter. Mutter. Bommes. Toll. Bommes. 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 Sepp, so ist choosing a word. Ich sehe richtig hübsch aus und da steht Maju. Mein Name ist irgendwie so komisch. Blaue Haare. Ey. Planke. Was soll ich nicht machen, was sich da drin ist? GG. Zelt. Typ. Komischer Typ. Komischer farbiger Typ. Das ist jetzt sehr rassistisch, aber... Was soll ich tun? Nein. Nein. Ich schreibe nicht hin. Also ich schreibe schon fast hin, aber es ist ein Arzt. Bäh. Nimm man doch mein Mann. So ist es. GG. Oh, ich hab vergessen, das Ding voll gut zu machen. Ich bin... Ich bin... Was ist das zu mir? Er macht etwas mit seiner... Ich bin... Ich bin... ...gegen... 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 ...schpunkel. 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 Aufnahme-Info. Aber ich glaube, man muss dann wieder beitreten, wenn sie wieder auf Discord gehen... ...schpunkel. Ich glaube auch, das könnte klappen. ...schpunkel. 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 Weil wir jetzt erst mal so sehen müssen, irgendwie klappt das heute mit den ganzen Aufnahmen nicht, dass wir irgendwie Majuki wieder reinkriegen. Ja, da sind wir wieder bei Pasotoma. Wir sind irgendwie vom Pech verfolgt, irgendwie sind die Pasotoma folgen, wird immer irgendwas passiert mittendrin und wir müssen kurz pausieren. War jetzt auch wieder nur eine Kleinigkeit, wie auch schon bei Widget, worauf wir natürlich keine Werbung machen wollen für andere Videos von uns. Widget, guckt Widget, guckt Widget. Das ist keine unterschwellige Hypnose. Das ist einfach nur so. Nein, wir sind einfach witzig. Das muss man... Widget, guckt Widget. Genau, wir sind einfach witzig. Also guckt auch ruhig die anderen Videos. Naja, auf jeden Fall, da ich ja brutal punktemäßig eben vorne lag, hat sich Majuki extra ausgeklinkt, um sich die Schmach der Niederlage zu ersparen. Wir machen dich platt. Ja, das wollen wir erst mal sehen. Und weiter geht's. Next round. Ich hab das Wort immer noch. Yeah, gut so. Selbst so ist choosing a word. Danke! Vielleicht schaffe ich das, oder? Strich. GG. Aha. Sepp ist mein Mann. Bams. Mann plus... Fragezeichen. Mann plus Brüste gleich Brustmann. Oh Mann. Was? Wieso haben die Brüste Gesichter? Oh mein Gott, das ist irgendwie verstörend. Ah, Kirsche. Und es hat was mit Marius zu tun. Kleiner Zettel. Das ist eine der 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 Kirschen. Mann Kirsche und der hat Mann Kirschenhaar. Die Kirsche wird auch die Kirsche genannt. Die Tollkirsche. Nein. Dam, dam, dam. Amarena. Todeskirsche. Nein, Sepp, du bist doch nicht mein Mann. Ich weiß jetzt nicht, was du da von mir willst. Das soll Mario sein plus das da gleich auf einmal zwei Marios. Das ist... Das ist die Doppel... Oh, Doppel. Ich habe gerade Doppel geschrieben. Die Doppel Kirschenhaar und Kleiner Zettel. Da hast du jetzt aber extrem um... Oh, ey. Was ist das sonst machen sollen? Mama kann... Blanke. Ich hätte noch Zwischendeck und Bettwand stehen. Das wäre noch dicker. Der grüner Strich im Nirgendwo. Oh, ich habe überhaupt nicht geschrieben. Kacke. Tote Schlange. Hässliche tote Schlange? Snackwe. Ich weiß nicht, was ein Snackwe ist. Oh mein Gott. Es ist ein... Nein, das schreibe ich nicht. Oh. Das ist bloß, ihr kennt das Meisterwerk nicht. Bäh. Wie schreibt man das? Dunk. Krankenhaus Wolkenzange. Gunge. Also Krankenhaus Wolkenzange ist knapp daneben. Ah. Guck. Wow, das war so einfach. Das ist so traurig. Das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk. Das ist nicht... Krankenhaus Wolkenzange. Krankenhaus Wolkenzange Reinigerflüssigkeit. GG. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ah. Chaos. Schnee. Grau. Gelber Schnee. Ist niemals gelb Schnee. Brau. 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 Mar left. Ja. Jetzt ist Mar rausgeflogen. Versuch mal schnell wieder reinzukommen. Oder hast du... Aber ich glaube, du hast ja eh keine Punkte. Ah. Was ist das? Traurige Frau? Anime. Wieso fliegen jetzt im Augenblick alle raus? Das ist doch blöd. Was ist denn da los heute? Mimimi. Ähm. Mimimi. Seehund? Mar joint. Was ist das? W-I-D ist die Abkürzung zu was. Nebel. Ich habe Nebel. das ist doch das ist kein evil knie will so das gibt es doch nicht was ist denn heute los mensch also irgendwie weiß ich wollte das problem liegt aber andauernd fliegen alle raus von daher würde ich sagen schneiden was irgendwie zusammen es ist es ist es ist schrecklich versuchen was noch mal vielleicht bleibt diesmal also ich weiß nicht was da gg ich weiß nicht was das problem ist siegel wasser kommt rein blut am segel langen schrauben krankenhaus wolken zangen reinigerflüssigkeit die ganze zeit fragezeichen lecker 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 vor tagen lassen heißt du da ja das ist schwer das stimmt schon das kackig service lustig ja es ist wirklich das kackig der ist das für terraria planke oder für den märkten pyramide abgesenkt näher nicht eine berglampe es ist ein besonderes schwert namen ganz knapp er heißt genau excalibur excalibur ohne da mit dem c und k aber nöben du bist mein mann ja raten ja so sieht es aus wer wird da gerade am links rum ich okay so das und dann dieses da kommt das rein und dann kommt kommt der düse ja nächste sepp ist mein mann dann kommt der düse ja post wurde es etwas umgänglich sagen wir es mal so genau das hat mit das hat mit diesem hier zu tun das ist ein und er trägt es ein brief träger mit doppel e träger 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 danke träger hä das ist aber schwer es ist doch echt nicht wahr oder gerade wo ich dran war gut werden wir die aufnahme das hat alles keinen sinn und keinen zweck also gewonnen ja weiß ich auch nicht habe ich 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 habe gewonnen wie viele punkte hattest du ja eigentlich ich möchte gewonnen haben also eigentlich hatten die meisten punkte hat er eigentlich majuki darum hat majuki jetzt gewonnen ja auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen und fürs durchkämpfen wir haben alles gegeben aber irgendwie ist kribbelio heute gegen uns ich weiß auch nicht warum naja vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss